willkommen mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xylia wir sind gerade mit dem bosskampf gegen brutotaurus und ja ich war nicht vorbereitet darauf meinem körper war nicht bereit dafür von ron nein was warum ist mir tot was soll hat hey hey man I said so okay ich muss mich erst mal gefangen mann aber gut irgendjemand hat ron wieder erlebt das gut hat er mich jetzt ausgerechnet hier auch für nerven geben muss deine schon wieder nächste aufkauft jener können sich auch verbinden ich glaube ich spinne ich habe mich mit jemanden verbinden und so hat denn ich habe mich mit jemanden verbinden so ein status gibt es wirklich da kommt schwallstrahl soll eigentlich nur den angst werden dann fällt er immer auf dem boden und sagt schwallstrahl ich bist du toto bitch und sagt schwallstrahl aber warum habe ich jetzt auch sie überhaupt geht doch nicht mehr auf rollen los mann aber jemand hat den wieder blieb gut ja scheiße ich habe keine tp ich habe immer noch keine tp jetzt aber hat nicht geklappt weil sagt ums tod und ihr gleich auch da warte das ich habe überhaupt nichts Mann Oh, pop pop was da bin ich frohe der kam vorbei der kam für mich mitten außen nichts endlich hatte ich mal ja verbindungs ja ich habe schon gemerkt was das macht bräuchte mir nicht erklären gerade die topst du you call that to you the monster would be a pussycat now that it's all mann Thomas hier that should be the case with the four great spirits missing the spirit clients have essentially stopped Geht. Wie werden wir nach Fezzabel Marshen nach Fenmont gehen? Nach Fezzabel Marsh? Hahaha! Sie sind aus Ihren Geist! Nur ein Wyvern kann auf Fenmont erreichen! Schade, es passiert nur, dass ich, die Händelbeinigte Handmaid, kann ich von Frau Mila sein. Sie wissen, eine Art Weg zu kommen? Ich habe in meiner Beziehung einen Wyvern, nur für mich. Ich wäre froh, die Frau Mila zu Fenmont transportieren. Ivor, ist es noch einen anderen Weg? Hä? Äh, äh, äh... Es ist, oder? Sag mir. Ich habe gehört von einem Klan in Shandu, der die Monster kontrollieren kann. Die Monster. Sie verraten Wyverns da, wahrscheinlich. Ich denke, das ist unser nächster Weg. Auf geht's an Shandu. Ivor, danke dir. Ivor? Äh, können wir gehen? Ja. Du, schweig, schweig, schweig! Du, schweig, schweig! Du, schweig, schweig! Du, schweig, schweig! Du, schweig! Du schweig! Du hast den Klan in deinem Aufbau, der typ wird uns noch irgendwann richtig feindselig gegenüber sein ich würde sagen wir gehen noch mal nach jetzt habe ich vergessen es gibt so ich habe bestimmt verpasst so this is shiandu seems like a tough place to build a city clans have warred against each other in ajule since ancient times such constant conflict has led people to build cities where they can even in places such as this the city seems especially lively are they having some kind of festival hey check out this cool statue these statues represent a fusion of international spirit faith and a local tradition of ancestor worship or so i've read yep keep your noggin pointed in that general direction don't look at me look up i think we were taken here on our way to hamill did you once live in this area i don't know die torteile bin auch nicht gut so da haben wir shops und was weiß ich das war schon mal und da kommt die nächste katze nope it's going to fall miss leia miss leia please wake up sorry about that i'll have you fixed right up rowan you're hurt i'm so sorry never fear it is merely a flesh wound you just worry about yourself aber ich bin professor doktor ich bin professor doktor ich bin professor doktor Er ist nie bei dir, wenn du ihn brauchst! Wenn er hier wäre, er hätte sein können, um Leia zu schützen. Ich weiß nicht, dass du einfach die junge Frau zu retten würdest? Geh ihn! Rowan! Komm schon, stop! Okay? Keine Hände! Vielen Dank, Ella. Du bist sehr nett von dir. Ja, das war sehr nett von dir zu helfen. Nicht überhaupt. Das ist mein Job. Ihr Leute sieht nicht aus, dass du von hierher bist. Was bringt dich zur Stadt? Wir suchen für Wyverns. Wir haben gehört, dass wir vielleicht ein paar hier finden können. Wyverns, oder? In diesem Fall, sollte man über die Riefer finden. Du siehst viele große in den Städten dort. Geh sie sich selbst. Das ist großartig. Danke für alles, Ella. Ich bin froh, dass ich mir helfen kann. Ich muss gehen. Geh sie sich selbst. Okay, jetzt. Auf Wiedersehen. Und danke dir wieder. So. Na gut. Noch mal Glück gehabt. So, es sind nur Riefer von Zeit zu Zeit? Das ist eine wirklich gefährliche Stadt. Und die Kliffe sieht stabil in der Umgebung der Städte. Wir müssen hier aufhören. Ich schaue weiter, während ich gehe. Ah! Ah! Warte, jetzt. Du musst trotzdem schauen, wo du gehst. Eine Abundanz der Städte kann so gefährlich als ein Schaltfall sein. Oh, genau. Entschuldigt. Eine Bum-Dance kann oft so gefährlich als ein Schaltfall sein. Oh! Warst du sogar noch nicht gehört? Die Statuen von Shandu? Ich wundere, wie viele Statuen in Shandu sind. Lass uns eine Pop-Quiz machen. Hm. Es wird nicht so viel wie ein Quiz, wenn niemand die richtige Antwort weiß. Oh! Dann warum darf ich dich über die Statuen selbst wissen? Wie Jude? Nähme diese famous Figur. Nicht gut? Doch, warum nicht? Los geht's. Los geht's. Wollen wir sie gucken rein. ok jetzt muss ich jetzt mal gucken wo ja hier ist dann schon direkt da komme ich mir direkt mal wieder ein paar gerichte keine rezepte gerichte ich lerne das welches paket First, my mom will pound out their tension points with one of her chiropractic bollstaff massages. That sounds painful. Then, a complimentary bowl of dad's famous Hammerzam still. Hammerzam? Aren't those ammots to the mind? It's a great deal, and I'll even give you guys the off-season discount. That sounds lovely, but I'll have to respectfully decline. Me too. Ja, so kann man auch Kunden anlocken, nehme ich an. Oder auch nicht. Oder vergraulen. Na ja. Gucken wir uns hier nochmal um, dann wollen wir nicht in Part, falls ich noch direkt 5 Cut-Zins auf einmal kommen. Innerhalb zwei Minuten. Nö, okay. Dann würde ich noch kurz hier... Einmal knacken. Ja, 200 galt, hallo. Habt ihr sie mal? Und dann mache ich für heute Feierabend. Ich habe jetzt neun Parts aufgenommen. Wird ja wohl erstmal reichen. Wollen wir sich noch hier irgendwas off-screen, äh, on-screen erledigen? Nö. Na, komm. Muss man kurz kurz gucken noch. Ach, werden wir ja so ein paar Dinger kaufen. Wird schon nix... Wird schon nix verpassen. Jedenfalls bedanke ich mich für's Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Tag von Let's Play Tales of Auxilia. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss!